Hat man nicht auch Gold bei Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich vor das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen. Und Macht und Liebe verschafft dir das Gold und stillet das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen und stillet das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht für Sold, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, isst und bleibt die Sonne klein. Wer bei Tische Liebe findet, wird Nachtische hungrig sein, wird Nachtische hungrig fein. Drum lächle der Zufall euch glädig und gold und segne und lenke euer Streben. Das Liedchen im Arme, das Liedchen im Arme, im Beutel das Gold. So mögt die Filiale durchleben, so mögt die Filiale durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht für Sold, es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold, es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold. Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco, aber ich, ich behaupte, dass die Vereinigung zweier gleichgestimmter Herzen die Quelle des wahren, ehelichen Glückes ist. Oh, dieses Glück muss der größte Schatz auf Erden sein. Freilich gibt es noch etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde. Und was wäre denn das? Euer Vertrauen. Oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben dieses Schlosses ganz außer Atem zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden, wer es auch sein mag, zu den Staatsgefangenen zu lassen. Du arbeitest dich ja zu Tode, lieber Vater. Tja, ihr habt recht. Diese schwere Arbeit würde mir doch endlich zu viel werden. Der Gouverneur ist zwar sehr streng, er muss mir aber doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mit mir zu nehmen. Auch gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen, obschon ich mich ganz auf dich verlassen kann. Vermutlich vor dem Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Du hast erraten. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist schon über zwei Jahre. Zwei Jahre? Zwei Jahre, sagt er? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf eins heraus. Nun, es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarro's Befehl seine Portion immer kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als zwei Unzen schwarzes Brot, ein Halbmaß Wasser, kein Licht, kein Strom, nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft.